Hey Leute, herzlich willkommen zum allerersten Bodybuilding-Kundendienst-Video. In den Videos geht es im Prinzip nur um euch. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht, mit welchen Problemen ihr zu tun habt und wie ich persönlich euch dabei helfen kann. Und genau darum geht es heute. Und wir beginnen direkt mit der ersten Frage. Es werden mehrere Episoden, also jede Woche werdet ihr eine Episode davon sehen, vielleicht sogar zwei. Wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich kann euch vielleicht direkt ein bisschen Hilfestellung geben. Viel Spaß, los geht's. Ach komm, eigentlich weißt du, dass Pizza und Süßigkeiten dich nicht geiler machen. Die Frage ist also nicht was, sondern wie. Wie komme ich also ins Ziel, wenn ich gesund essen soll, hart trainieren soll, mich nur um die Kinder, die Familie kümmern soll und auch noch voll zu der Arbeiten gehen muss. Willst du endlich abnehmen, schnell Muskeln aufbauen oder dich einfach mal gerne im Spiegel angucken? Dann hör auf weiter, es ist Zeit zu verschwenden und bewirb dich hier. Wir finden was schick ist für dich. Jetzt Attacke. Bis gleich. Und Leute, bevor wir das Video beginnen, unbedingt in der Beschreibung abchecken. Peak hat ordentlich dicke Rabatte gerade, SmileyDocs genauso und Climax. Die Codes findet ihr selbstverständlich in der Beschreibung. Da könnt ihr ordentlich shoppen. Jetzt geht's los. Und zwar die Frage ist, woran merke ich, dass ich zu viel bzw. zu wenig Volumen mache? Wir reden hier also von Trainingsvolumen. Das Trainingsvolumen zeichnet sich erstmal aus, wie viele Sätze und wie viele Wiederholungen wir machen in einem gesamten Training. Wieso ist das wichtig? Mittlerweile weiß man, dass das Volumen so variabel ist und so unterschiedlich toleriert wird, dass man damit enorm spielen kann. Es gibt Leute, die machen vier oder sechs Arbeitssätze und sind komplett durch mit dem Training. Das kommt aber einher mit ordentlich Intensität. Dann gibt es Leute, die machen zehn Sätze Beinpresse, acht Sätze Kniebeugen, noch sechs Sätze Beinstrecker. Weniger intensiv, aber dafür viel mehr Wiederholungen und viel mehr Sätze. Jetzt ist es natürlich wichtig, für einen selbst herauszufinden, wie viel ist denn zu viel und wie viel ist zu wenig. Klären wir erstmal, was passiert, wenn es zu wenig ist und wenn es zu viel ist. Bei zu wenig Volumen und zu wenig Reiz könnt ihr euch mit Sicherheit vorstellen, dass der Muskelwachstum nicht so groß ist, wie er sein könnte. Man hat also quasi nur 70% seines Erfolgs, wenn man einfach zu wenig macht. Das könnte man natürlich regulieren über Intensität. Man kann weniger Sätze machen, also ein relativ kleines Volumen. Dafür aber muss jeder Satz dermaßen ins Gebälk ballern, dass ihr einen ordentlichen Reiz daraus bekommt. Zugegeben, dafür ist nicht jeder gemacht. Es gibt Leute, die können nicht so schwer und intensiv trainieren, die schaffen es von der mentalen Einstellung her nicht. Und ich kann euch sagen, das ist auch nicht einfach. Ich habe jahrelang gebraucht, um mich an diesem Ort, an das Failure, an das Versagen und in diese ungemütliche Situation hinein zu manövrieren und dort so lange auszuhalten, wie nur möglich. Ihr könnt euch vorstellen, dass ein Satz, sagen wir mal, ihr macht zwölf Wiederholungen und der zwölfte, den kriegt ihr gerade noch so raus. Da haben die Arme schon gewackelt, die Form ist nicht mehr so perfekt und ab da zählt es quasi. Und da müsst ihr versuchen, nochmal ein, zwei, drei Wiederholungen rauszukitzeln, irgendwie. Und der letzte wird ungefähr so aussehen. Also ihr schiebt Zentimeter für Zentimeter und ihr sterbt in jeder Sekunde ein bisschen mehr. Und das müsst ihr wieder und wieder und wieder und wieder tun. Bei Übungen wie Kniebeugen, Kreuzheben, freies Rudern ist es schon, ist es schon ordentlich, kann ich euch sagen. Es kann schon mal sein, dass man sich dabei übergibt, vielleicht sogar bewusstlos wird. Da gibt es einige Horrorgeschichten. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es einige Menschen gibt, die da nicht hinkommen oder nicht hin möchten. Absolut verständlich. Wenn du jedoch zu viel Volumen trainierst, überschreitest du deine Regenerationskapazität. Angenommen, du kannst 100 Muskelfasern zerstören. Das ist einfach nur ein dummes Beispiel, um Zahlen in den Raum zu werfen. Du kannst 100 Muskelfasern recovern, dich erholen, wieder aufbauen. Wenn du jetzt aber 28 Sätze Kniebeugen machst, dann machst du vermutlich vielleicht 200 Muskelfasern kaputt. Die du nicht schaffst zu regenerieren bis zum nächsten Training. Bedeutet, ihr werdet langfristig große Einbußen fahren im Thema Leistung, Performance, Muskelwachstum, Gesundheit, Immunsystem, Verdauung, Schlaf und, und, und. Diese typischen Anzeichen von Übertraining. Das werdet ihr relativ schnell merken. Nach so ein, zwei Wochen richtig gut im Übertraining, wenn man zu viel macht, wird man merken, dieser persönliche Drang ins Fitnessstudio zu gehen, lässt nach. Nach, das kennt jeder von uns, heute ist mir nicht so irgendwie nach Training, ich habe irgendwie heute keinen Bock, ich fühle mich heute nicht gut, ich bin so ein bisschen schwach, das sind so die ersten Anzeichen. Wenn man da nicht drauf hört und immer weiter und weiter und weiter macht, dann wird das langfristig kein gutes Ende nehmen. Man kriegt einfach nicht das raus, was man investiert und das will keiner von uns. Jetzt müssen wir also einen Mittelweg finden, um genau zu planen, wie viel Volumen wir brauchen, also wie viele Wiederholungen, in wie vielen Sätzen und dazu, wie intensiv muss das Ganze tatsächlich sein. Das ist so eine Dreierkombi und dazu kommt noch die Recovery. Und Recovery, also die Erholung, setzt sich aus Schlaf zusammen, aus Entspannung, Stress im Alltag, Ernährung, da merke ich schon, dass es alles ein sehr komplexes, ineinander gefangenes Thema ist. Zu viel Volumen wird dir auch die passiven Strukturen kosten irgendwann. Auch Bänder, Sehnen, Knochen müssen sich erholen, wenn du aber ständig unglaublich viel Last da drauf gibst, dann kommt das Gewebe nicht hinterher und du wirst wahrscheinlich Gelenkprobleme bekommen. Die Palette an Kacke, die passieren kann, ist unglaublich groß, deswegen müssen wir da wirklich extrem drauf aufpassen. Wie finde ich jetzt also raus, wie viel Volumen für mich geeignet ist? Ich persönlich, ich mache so, ich schnappe mir einen Hefter, ein Logbook und schreibe mir rein, ich will für die Brust drei Übungen machen, für die Schultern zwei Übungen und für den Trizeps zwei Übungen. Das Ganze zweimal die Woche. Dann kann ich sehen, okay, das sind sechs Übungen für die Brust, vier Übungen für die Schulter und vier Übungen für den Trizeps. Jetzt kann ich mir überlegen, wie viele Sätze mache ich. Sagen wir mal drei Sätze. Das sind 24 Sätze für die Brust und in meiner Welt ist das ein absolut ausreichendes Szenario. Alles zwischen 5, 10 und 20 bei einem guten, ordentlichen Training reicht vollkommen aus. Im Optimalfall gesplittet auf zwei Sessions. Ich erkläre auch gleich wieso. Ähnlich sieht es für die Schulter aus. Das sind sechs, zwölf Sätze für die Schulter und wenn wir Rücken trainieren, ist auch noch ein bisschen Schulter dabei. Also wir kommen ungefähr auch so bei 20 raus. Trizeps, vielleicht acht Sätze sind 16 Sätze am Ende der Woche. Auch absolut im Bereich vor allem, weil wir den Trizeps immer noch mit Schulter und Brust belasten. Es gibt immer so eine Sekundärbelastung oder Überschneidungen in Belastung. Das heißt, der Trizeps kriegt auch schon eine ordentliche Keule ab. Jetzt schreiben wir das auf und wir machen das zwei Wochen lang am Stück und können dann schreiben, wie fühle ich mich 1 bis 10. Habe ich mich gesteigert in Gewichten und Wiederholungen? Also konnte ich meine Leistung im Gym beibehalten? Ja oder nein? Du siehst es ja auf dem Papier. Und wie fühlt sich deine Muskulatur an? 1 bis 10. Ist die Muskulatur jedes Mal wirklich weggeknallt und ordentlich kaputt? Oder ist so la la, aber eigentlich fühlst du dich trotzdem schwach und schlapp? Das Szenario von, ich fühle mich ständig kaputt und schlapp und müde, meine Muskulatur ist aber nicht ausgelastet, ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Dann ist nämlich das Nervensystem massiv angekratzt, deine Recovery, deine Erholung kommt nicht hinterher und deine Muskeln erhalten nicht den Stimulus, den Reiz, den du eigentlich möchtest. Das Szenario solltest du umdrehen. Du solltest dich eigentlich einigermaßen frisch fühlen, aber deine Muskulatur sollte maximal zerstört sein. Wenn das der Fall ist, dann hast du einen relativ guten Weg. Kurz zusammengefasst. Versuch so 15 bis 20 Arbeitssätze pro Woche pro Muskel zu machen, in einer guten Intensität. Wenn du so eine Wiederholung gerade noch rauskitzeln kannst, dann bist du gut. Du musst dich nicht zwangsläufig immer ins Muskelversagen ballern, das ist wichtig. Vor allem, wenn du nicht unterstützt bist. Wenn du jetzt einen Haufen Stoff drin hast, kannst du das öfter machen, weil deine Recovery und deine Erholung deutlich besser und effizienter funktionieren, als wenn du netti bist. Also da bitte ganz arg drauf achten. Das unterscheidet sich wirklich enorm. Das gilt im Prinzip für alle Muskeln. Je nachdem, welcher Muskel bei dir wie recovered und sich erholt, wirst du es anpassen müssen. Ich, für mich persönlich, habe immer drei, vier, fünf Tage Muskelkarte in den Beinen. Das heißt, hier kann ich mich nicht so wegklatschen, wie zum Beispiel bei der Schulter. Bei der Schulter mache ich dir 20 Sätze und nach zwei Tagen kann ich wieder 20 Sätze machen. Das geht bei mir ruckzuck. Bei anderen vielleicht nicht. Aber das wirst du herausfinden, indem du zwei, drei Wochen ein Buch schreibst und herausfindest, okay, was ist letzte Woche passiert, was ist vor zwei Wochen passiert. Du kannst quasi genau sehen, wann was genau passiert ist, um Informationen zu erhalten und daraus Rückschlüsse zu ziehen. An der Stelle ist ein guter Coach immer ein sehr guter Partner. In der Regel haben die Coaches einiges an Erfahrung und können dir in dieser Situation helfen, das richtig zu planen und richtig zu dosieren. Ich glaube, Dosierung ist an der Stelle das richtige Wort. Die meisten Coaches, die auch vielleicht mal Wettkämpfe gemacht haben oder sich in einer gewissen Phase befunden haben, die können dir genau sagen, was wann zu tun ist. Auch, dass du mal zwei Tage zu Hause bleibst oder dass du auch mal dein Cardio nicht machst. Dass du vielleicht mal mehr isst. Das sind alles Dinge, die entscheidet in der Regel ein guter Coach für dich. Nachdem er die Informationen gesammelt hat, die ich dir gerade gesagt habe. Also wenn du in einem Coaching bist und nicht überprüft wird, ob du langfristig im Gym besser wirst, wie dein Schlaf ist, dein Erholungsverhalten, dein Stresspegel. Wenn das nicht berücksichtigt wird, dann solltest du vielleicht darüber nachdenken, dir ein umfangreicheres Coaching zuzulegen. Wir mit unseren Leuten machen es immer so, die haben einen Check-in-Bogen. Jeden Sonntag, da wird aufgelistet, wie war dein Schlaf, deine Erholung, dein Stresslevel, wie viele Schritte machst du, sonst irgendwelche anderen Dinge, wie zum Beispiel Oma gestorben oder Überstunden auf der Arbeit. Diese Dinge, die spielen alles eine Rolle. Und sowas kontrollieren wir jeden Sonntag bei unseren Klienten. Ich persönlich finde das wichtig, um mir ein ganz klares Bild des jeweiligen Kunden machen zu können und auf die entsprechenden Bedürfnisse des Trainings anzupassen. Auch wenn es nur kleine, wirklich kleine Anpassungen sind, wie zum Beispiel ein Arbeitssatz weniger bei Kniebeugen. Das kann es schon ausmachen. Das könnte dieser eine Kniff sein, dass du am nächsten Tag nicht mehr komplett kaputt bist und den Rückenmuskel dafür ordentlich triffst. Vieles davon sind Nuancen. Aber auch hier gilt, wer die Arbeit erledigt, hat in der Regel meistens die Nase vorne. Statt sich 5 Millionen Jahre darüber Gedanken zu machen, was jetzt der perfekte Plan ist, funktioniert der 90%-Plan meistens besser, wenn er besser ausgeführt wird. Was ich damit sagen will ist, viele von euch kennen diese 18-jährigen Brokkoli-Köpfe. Ich nenne sie jetzt Brokkoli-Köpfe, die haben alle dieselbe Frisur, so abrasiert mit so Locken auf dem Kopf, Brokkoli-Köpfe. Die unterhalten sich im Gym eine halbe Stunde lang über die Studien und auf wie viel Grad das Seil eingestellt werden soll und der perfekte Winkel- und Muskelfaserverkürzung. In dieser halben Stunde hätten die ihre Schulter komplett trainiert haben können, statt sich einfach nur zu unterhalten. Klar, die machen ihr Training dann und ist vielleicht auch gar nicht schlecht, aber Fleiß, Disziplin und Arbeit kommt immer vor Reden. Reden hat noch niemand muskulös gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen aufklären zum Thema Volumen, zu viel, zu wenig. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, bitte lasst gerne einen Kommentar da, ein Like und wenn es einen von euren Freunden vielleicht interessiert oder das nützlich ist, würde es unheimlich helfen, wenn ihr dieses Video vielleicht teilt, in der Story euren Freunden schickt, egal wie. Ich freue mich über jeden Support, das ist hier jetzt für euch. Also wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut, euer Mike.